Tag 721. Heute gibt es eine Menge Nachrichten. Zunächst einmal haben ukrainische Spezialkräfte das große russische Landungsschiff Cäsar Kunikov südlich der Krim angegriffen und versenkt. Dieses Schiff, das zur russischen Schwarzmeerflotte gehört, ist eine der neuesten und besten Ergänzungen der russischen Marinefähigkeiten. Russischen Quellen zufolge setzten die Ukrainer sieben unbemannte Überwasserdrohnen ein, um das Schiff nachts ins Visier zu nehmen, genauer gesagt die fünfte Generation der Magura-Drohnen. Russische Analysten stellten fest, dass die Ukrainer ihre Taktik des sogenannten Wolfsrudels angepasst hätten, sodass sie besonders erfolgreich gegen stationäre Ziele auf See ist. Diese Taktik beschreibt einen koordinierten Angriff, bei dem jede Drohne eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation spielt, sei es als Aufklärer, Lockvogel oder Angreifer. Aus den vom ukrainischen Hauptnachrichtendienst veröffentlichten Kampfaufnahmen geht hervor, dass vier Drohnen die Backbordseite der Cäsar Kunikov schwer beschädigt haben, was zum Sinken des Schiffes führte. Vorläufigen Berichten zufolge kam auch ein großer Teil der Besatzung des russischen Schiffs ums Leben. Die von den russischen Streitkräften durchgeführten Such- und Rettungsmaßnahmen kamen Berichten zufolge zu spät und blieben erfolglos. Die Analysten stellten fest, dass die russischen Kommandeure einen fatalen Fehler begingen, als sie mitten auf dem Meer anhielten. Den Aufnahmen zufolge näherten sich die Drohnen dem Schiff relativ langsam, was bedeutet, dass sie viel leiser und schwerer zu entdecken waren. Es wäre unmöglich gewesen, so nahe heranzukommen und dabei unentdeckt zu bleiben, wenn das Schiff in Bewegung gewesen wäre. Denn die Drohnen hätten sich schneller bewegen müssen, um es einzuholen. Der Drohnenangriff zur See folgte jedoch auf einen Drohnenangriff auf der Luft. Russische Quellen berichteten, dass die Ukrainer vor der Versenkung des Schiffs mehrere Wellen von Flugdrohnen abwerten. Russische Analysten stellten fest, dass sich das Einsatzgebiet der ukrainischen Drohnen erheblich vergrößert hat, da die Ukrainer die Krim nun nicht mehr nur von Westen, sondern auch von Norden und Osten aus angreifen. Dies deutet darauf hin, dass die russische Flugabwehr durch die Angriffe im Januar erheblich geschwächt wurde. Russische Quellen berichteten sogar, dass die Russen ihre Kampfjets einsetzen mussten, um zwei der drei Wellen von Drohnenangriffen abzufangen. Die Tatsache, dass die Russen zusätzliche Ressourcen für das Abfangen von Drohnen einsetzten, deutet darauf hin, dass sie sich wieder einmal zu stark auf die Gefahren am Himmel konzentrierten und es versäumten, sich auf den Hauptangriff auf ihr Schiff vom Meer aus vorzubereiten. Gleichzeitig bestätigten russische Quellen den Tod des Kommandeurs der 77. russischen Marinebrigade, der in einem Krankenhaus auf der Krim verstarb. Einigen Quellen zufolge wurde er bei dem vorangegangenen Angriff auf das russische Hauptquartier auf der Krim verwundet, während andere sagen, dass er in der Region Cherson verwundet wurde. Auch die russischen Streitkräfte führten kürzlich eine Reihe von Angriffen durch. Ihr erstes Ziel war ein Kraftwerk in Dnipro, was zu einer Unterbrechung der Stromproduktion führte. Der Angriff, der im Schutze der Nacht erfolgte, fügte kritischen Teilen der Anlage erheblichen Schaden zu. Ohne dass es zu Verletzungen kam. Das zweite Ziel war das Dorf Selidov, das etwa 40 Kilometer von Avtivka entfernt liegt. Russische Quellen berichteten, dass die russischen Streitkräfte einen großen Sammelplatz mit Iskander-Raketen und Streumunition beschossen und bis zu 600 Soldaten getötet haben. Einige Quellen behaupteten, die Russen hätten die neu eingetroffenen Einheiten der 3. Angriffsbrigade getroffen, die Avtivka verstärken sollten. Kurz darauf veröffentlichten ukrainische Kämpfer der 3. Angriffsbrigade Kampfaufnahmen, die bestätigten, dass sie sich bereits in Avtivka und nicht in Selidov befanden. Daraufhin behaupteten russische Quellen, sie hätten verwundete Soldaten getötet, die sich aus Avtivka zurückgezogen hätten. Später veröffentlichten Anwohner Fotos von ihren zerstörten Häusern, was daraufhin deutet, dass die Russen keine ukrainischen Soldaten getroffen haben. Das dritte Ziel war eine temporäre ukrainische Abstellfläche in Zukurina. Die Aufnahme bestätigt, dass es den Russen gelungen ist, mehrere Fahrzeuge mit Streumunition zu beschädigen oder zu zerstören. Diese Siedlung liegt übrigens nur zwei Kilometer von Selidov entfernt und beide Angriffe erfolgten gleichzeitig. Die Tatsache, dass das Filmmaterial dieses Angriffs umgehend veröffentlicht wurde, während das Filmmaterial aus Selidov erneut zurückgehalten wurde, deutet daraufhin, dass die Russen dort keinen großen Treffer gegen ukrainische Soldaten gelandet haben. Die meisten prominenten russischen Quellen gaben zu, dass aufgrund des Fehlens von Beweisen weder der Ort noch die Opferzahl bestätigt werden können. Der ukrainische Befehlshaber der Streitkräfte in Avtivka erklärte, die Russen hätten eine Propagandakampagne gestartet, um von den schweren Verlusten der Russen in Avtivka abzulenken, die sich in letzter Zeit auf etwa 645 russische Soldaten pro Tag belaufen. Was Avtivka selbst betrifft, so ist die Lage äußerst schwierig. Ukrainische Kämpfer berichteten, dass die russischen Streitkräfte allein in den letzten Tagen bis zu 60 Gleitbombenangriffe auf ukrainische Stellungen innerhalb der Stadt durchgeführt haben. Ukrainische Kämpfer wiesen darauf hin, dass aufgrund der Dynamik der Kämpfe einige dieser Bomben auf russische Soldaten fallen, was den russischen Befehlshabern jedoch egal ist. In Kombination mit den Luftangriffen setzen die russischen Streitkräfte ihre Reserven ein, um die ukrainischen Streitkräfte zu überwältigen und das Momentum aufrechtzuerhalten. So konnten die Russen die Schienen überqueren und die Kontrolle über die Hauptversorgungsstraße erlangen. Heute Morgen wurde jedoch ein Teil der ukrainischen Reserven in diese Region verlegt und begann mit Gegenangriffen. Jüngsten Kampfaufnahmen zufolge griffen ukrainische Kämpfer der 3. Angriffsbrigade die russischen Truppen mit Bradleys an und drängten sie um mehr als 150 Meter von der Straße weg. Der ukrainische Kommandeur der berühmten 110. Brigade, die seit zwei Jahren ununterbrochen in AfD-FK kämpft, erklärte, er habe eine tiefe Erleichterung empfunden, als die Hilfe der 3. Brigade eintraf. Obwohl russische Quellen bereits die Eingreisung der Stadt feiern, sagte ein ukrainischer Kämpfer des 24. Bataillons, man solle nicht alles für bare Münze nehmen, da die Situation sehr dynamisch sei und viel hin und her gehe. Er fügte hinzu, dass die ukrainischen Befehlshaber der unteren Ebenen weder dumm noch rückgratlos seien und es nicht zulassen würden, dass das Oberkommando sie einfach einkesseln lasse. Die Tatsache, dass die ukrainischen Soldaten hinter der Entscheidung des Oberkommandos stehen, mehr noch sogar als während der Schlacht um Bachmut, deutet darauf hin, dass es einen Plan gibt, den sie nicht so schnell preisgeben wollen. Es hat den Anschein, als würden die Ukrainer abwarten, bis die Russen ihre Reserven erschöpft haben und angesichts von durchschnittlich 645 getöteten russischen Soldaten pro Tag allein in Avtivka müssen sie vielleicht nicht mehr lange warten. Avtivka ist zweifellos der aktivste Teil der Frontlinie. Allerdings führen die russischen Streitkräfte derzeit nicht nur eine, sondern fünf gleichzeitige Offensivoperationen durch und in unseren exklusiven strategischen Update-Videos werden alle behandelt. In Video 1 wurden die russischen Offensivkapazitäten, Ziele, Hauptrichtungen und Taktiken aufgeschlüsselt, während Video 2 die ukrainischen Verteidigungsbemühungen analysiert. Dieses zweite Video wird im Laufe der Nacht hier veröffentlicht.